Hallo liebe und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ja, heute gibt es ein kleines Inspirationsvideo und zwar zeige ich euch heute meine Weihnachtsdeko. Wie ihr im Hintergrund schon seht, habe ich schon gut dekoriert und mein ganzes Zimmer ist sehr schön für meine Verhältnisse und ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal. Vielleicht könnte es euch interessieren, was ich denn dieses Jahr so für Dekoration habe und vielleicht kann ich euch eine kleine Inspiration für euer Zimmer oder eure Wohnung geben und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Ende des Videos nochmal und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.